Herzlich Willkommen Leute, ne Runde Fortnite im Squad, endlich mal wieder Alex, Kunar, Kapuze, hallo, 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 so, ich war bei uns gern, ne, ja, klasse, du hast doch schon einen gemacht, oder, ja, den hab ich, aber stell schon wieder draußen, ja, natürlich, wir werden spawnen hier unten nix, was ist das denn, du hast jetzt hier ein paar neue Sachen, Lagerfeuer gibt es jetzt, was so rumsteht, Schlagerfeuer Na gut, viel hab ich ja nicht gefunden, ne, ist ja echt tragisch, traurig So Das wär geil Der ultimative Kill wär Ja Wow Der ultimative Kill wäre, wenn du im 101 bist, am Ende, du wirfst ihm erst den Football zu, auf richtig viel Yards und dann gibst du ihm einen Hatcher mit der Sniper oder so, während der Empfang Hutsu, du bist näher, hier Du musst ja sicherlich hinhaben, oder was denn? Ah ne, schön So viele Leute wie das Spiel spielen, und wenn alle das versuchen würden, ist das ja nicht so unwahrscheinlich, weißt du, was ich meine? Ja Da ist ein Lama Äh, ich hab keine Eier, das ist halt... Ich hab auch keine Eier Ich hab auch keine Eier Achso, ok Ok, die Zone ist bissl weiter weg, aber es geht locker Ja, wenn wir hier ein Portal-Model nehmen Muss ich nochmal aufs Eis? Ne, geht Hier ist ein Portal bei mir Ich dachte, das ist bei mir verbappt Obwohl... Ja, weil ich grad auf der Eisfläche war Hier ist das Portal-Schmordel Wir sind alle da Ja! Du musst doch ankröten, da, Lu Hab ich nicht mehr, ich hab einen neuen Tanz heute Du kannst jetzt scrollen Tja, wow, Alter Mehr Seiten als ein Harry Potter-Band Ja, das ist echt blöd sortiert, das hasse ich Dass das alles auf ein Dings ist Die Sticker, die hab ich nie verwendet Also diese... Pleasant ist leider nicht drin Man kann ja mal gucken, ja Wollen wir mal gucken Hallo, ja Also vielleicht liegt noch einer Eier irgendwo am Rand Das wäre nicht schlecht Ja, ich mein aber... Wollen wir denn... Ja, da ist ja wie ein Haus weg Es fehlt ein Haus, ja Aber da liegt einer Eier für mich Das ist... Sieht sehr brüchig aus Der Kunde kommt nicht rein, weil er zu dick ist Hat einer von euch getanzt Ich hab grad den Ding ins Dance gehört Oh Gott, jeder... Wo, bei dir oder wo? Ähm, ne, anderes Haus, Süden Seh sie nicht? Ich seh sie auch nicht Ich hab auch nur den Schuss abbekommen Du hast ihn abbekommen Kam definitiv von Süden Was von euch? Da unten, wo ich gebaut hab Äh, wo er gebaut hat Da, wo meine Granaten hinfliegen Ahja Hier habt du Sau Wo ist er? Der muss noch weg sein, oder? Jo Könnte locker sein Ja, ne, da unten, oben ist er, oben ist er, oben ist er, oben ist er Aua, ich hab noch zwei AP Okay, ich bin mal weg Gesmoken LoL, hier unten ist einer Der hat Slow, der Slow, Alex Ab mich LoL Jetzt... Hier sind da Alex Hinter dir da kommt einer hoch Den haben wir Den haben wir Da drin Linke Seite, hinter euch, 31 Schild 62 clean Ja Ja Alex, aufheben Jawohl Hebt einer von euch auf? Ja, ich geh hin Ich geh hin Danke Ja Ja Wo bist du denn? Alex hat sich versteckt Der kleine Moloch So Ja gut, okay Das war er Warum kommt der Schuss ausgehalten? Oh, ich hänge fest Ihr müsst mal den Okay Ich komm nicht raus Ich glaubte gleich drei Bandagen, Alex Ich hab zehn Bandagen, äh, neue Bandagen Ich kann nicht troppen hier Kleine Schlingelpingel, Alex Kannst du welche abgeben, Alex? Hier liegen auch noch welche, Conan? Äh, die Bandagen Ah, der Sam Für euch alle Vordermann Hippi, purra Ja So Zwei AP hättest du schon noch haben können, Alex Wann kommt eigentlich der Patch, der Apex zu steuern soll? Wann ist das? Morgen, oder? Schon raus Also für uns morgen, ja Achso Ja, ja So Ist da jemand? Ich glaube nicht Ist da noch eine Kiste da Ja Nee Ein Medikit Ein Schildschrank Also es ist ja nicht alles gelootet Hier zum Beispiel, das Haus ist leer Leer, dann war doch jemand drin Leer, keine Person da Bei mir noch eine grüne, ja Zwei sogar Noch keine Ich hab einen Slurple, den würde ich abgeben Du bist ein Durple, ey Dann kriegst du den nicht Ich hab echt lange mit mir gerungen, ob ich ihn abgeben soll, aber das hat mir grad meine Frage, ob ich beantworte Ja, der ist ja am Tod So Wo willst du denn, Durple? Ja gut, ich glaube, ich hab was episches für dich Ja gut, danke Na, Löhbchen Hey, da ist aber keine Waffen Das war ja auch nicht die Wow Hast du wirklich nichts? Ich hab wirklich nichts Ich hab wirklich nichts Ich kann's ja nicht rausnehmen Nein, nein, hast du kein Ja Das verkehrt, dass du nicht nachknallt hast Ja Vorher die Bodee raus Wo? Äh, auch 105 Ganz da oben Da ist wieder Action Da ist was im Busch Er ist ja wieder gestorben gerade Äh Ja Ich sag schnell Vielleicht seh nix Haben die nicht die Effekte gegendert? Nee, aber die Hatte nicht so viel gegendert War's den Nebel, hast du schon verpasst Der war geil Gute Nebel hast du Aber hier, es gab nen Sneaky Silencer-LTM letztens Da war der Nebel Auf der ganzen Map Richtig krass Der war sick Äh, das war Das war schon cool Hat der Raketen? Äh, Alex, guck mal Hat der Raketen? Alexander? Nee Rocket Die bauen da grad alles ab Kurz Ich hab gesehen davon, dass die Munition anders aussieht Aber ne Ja, die ist hässlicher geworden Fehlen wohl die Rechte Stimmt Ich fand die vorher auch fehlen da Warum ist da auf einmal alles kaputt gegangen? Sie sieht so Dann fliegen wir mit dem Flugzeug weg Sie sieht so aus wie vom Battlefield aus, ne Aber, ah, der ist abgeflogen Der eine ist abgeflogen Der eine ist abgeflogen Der eine ist abgeflogen Der ist weg, der ist low glaube ich Wow Hab ihn aus dem Flugzeug geschossen Obermier, obermier, obermier Ist da unten Äh, vor mir, vor mir, vor mir Ich hab nicht so viel Munition leider Sonst würde ich da Warst du der letzte Flieger dann? Äh, ja Ich hab den Piloten Ich hab das Ding geentert Ich hab Raketen für dich, Kapuze Ich könnte wieder was zum Heim gebrauchen Ihr Ganolis Äh, Lagerfeuer Oh, Lagerfeuer für uns alle ist super Alex, Raketen Ja, komm gleich Mini Schildtränke hab ich noch Haben wir vielleicht noch ein richtiges Lagerfeuer irgendwo Dass wir es gar nicht benutzen müssen Dankeschön Äh Alex, Kunden dran Mini Schildtränke Ja, du hast ja noch Den haben weniger Achso Ich hab Mini Schild Danke, dass du warum mich denkst Ich musste mich ins Flugzeug jetzt für eine Quest Achso Ähm Richten, haben wir einen Lagerfeuer, Kunden? Ja, also ich hab eins Ja, wäre schön Wir bauen uns alle Ich siehs, kannst gemütlich machen wir oder wie Hier, da Wo der war Setzt Ui Kommt rein, da Ähm Hat einer Baumanz über Da liegt einfach noch ein Mini Schild dran Am Flugzeug Kapuze Wenn du voll bist Da liegen nochmal zwei Mini Schild hier neben mir Hinter der Kapuze Ähm Baumanz, brauchst du? Ja, ich hab 50 Holz Ich hab genug, also ich könnte eigentlich alles abgeben Äh Ja, ich will alles Naja, gut Also ich könnte ja viel abgeben Ne, alles Hast du gesagt? Kap, chap, jala Muss ich jetzt hier? Kriegst du ein Holz Ne, ein Holz Ne, ich hab grad vom Kunden dran bekommen Hast du mir ein Holz gegeben? Ne, ich hab noch gar nicht Nicht nochmal das Ich hätt's nie gegeben Aber Hast du gesehen wie geil ich grad das Flugzeug geentert? Toll, wie ein Pirat Äh, Zone, die Südlernähe Ja, ich will doch die Kiste haben Ok Weil es ist relativ weit Wo sind die Gegners? Ich seh gar nicht Hier oben ist noch Raketenwerfen und ein Rift Ein Rift Wollen wir riften oder? Ja Ja, dann komm ich wieder hoch Ja, dann komm ich wieder hoch Ja, dann komm ich wieder hoch Hm, vielleicht da Riftel, schmiftel, Conor Was sagst du? Und hinten haben noch welche geriftet Ah, nix 300 Seid ihr ganz oben Achso Ja, Nordwest, Nordwest, Nordwest Könnt ihr runter? Ne, ich komm mal hoch Dann baue ich nochmal Die schönen Mats Könnts noch welche von mir haben Ich bin oben bei uns Ich bin oben bei uns Warum schießt ihr auf mich? Ja, dahinten ist wer Hallo? Aber der ist der mal Rifteln würde? Da liegt der? Ja, ja, komm Riftel, schmiftel zumal Hat nicht geklappt Sehr gut Wuuu Fehlste noch Dengan, wenn ihr den Grafikbrug habt Steuerung drücken Oh, Tomatotemper Wusstest du nicht, dass man den beheben kann? Tomatentempel Unter uns Die können wir noch mitnehmen Norden 15 Hier hinter dieser Hütte Norden Genau unter mir jetzt Wir wissen alle Oh ja Richtig gut Richtig gut Schon ein 43er Schild Clean Einer ist weggekommen Der nur noch nicht, oder? Der ist da und der andere Ist tot Bei uns Norden Äh, Osten Osten Hinter dem Baum Hinter dem Baum Hinter dem Baum Das ist die Gitarre von mir Hast du jetzt das Jumping eingebaut? Ja, ist das eingebaut Äh, ja gut Das kann man ja wegmachen Hey, 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 hey Wir kriegen ja gleich noch nen Airdrop Pass mit dem Sniper da auf Was ist das für ein Geräusch? Ähm, wenn ein Geschütz gestellt wird Jawohl, gib ihn hin 29 clean Der untere Naja, mach ihn Gib weiter Und unten steht er Komm, ihn habt ihr hin, oder? Gib ihm da mal nen gezielten Schott Ja, hoi Ja, mit der Waffe ist halt echt Da ist noch einer drin, oder? Ja, ja Oh, ist das bitter Aufm Berg 23 clean 29 Schild Äh, schön, war auch Schild War auch Schild Denkt an den da unten noch Da hat er Alex nicht weggesniped wird Ja, ich geh mal wieder raus Ab ihn da hinten, tot Jawohl, Alex Hier wär noch Moment, dann sind es verschiedene Teams, okay? Ja, es sind zwei Teams Ja, es sind zwei verschiedene Wollen wir rüberchampeln, oder? Äh, ich trink grad nen Jug einfach Ich laufe mal so ein Stück vor Wir haben hier das Jumphead, Alex Ja, bei mir hier Naja Machst du es nach oben, Mama? Dann kann ich Ja, ja Es ist befreien Es ist befreien Es ist befreien Du hast noch das Geschütz über dir Ja, das mach ich auch weg So, jetzt ist befreien Habt ihr gesehen, wie viele fließe? Oh, will ich weiter fliehen? Nach Vertania City Ja, wir wollen weiter fliehen Ja, linke Seite, ich hab's gesehen Hier sind noch drei Granaten Es sind drei Leute Sind runtergesprungen Drei, ja Grenades oder sowas, Kerl Hinter mir liegt noch ne Sniper Bei dem einen Der hier hat auch ne Sniper Da sehe ich alles neben dir Sie hat nix Ja, wangst, dass die rechts von uns sind Oder sind die da, wo Kuner grad hinschießt Die sind da, einer ist clean Einer ist clean Richtung nochmal Ähm, Stadt Tomato Ja, rechts von mir irgendwo im Wald Ja, wo bist du oder? Du bist da unten schon Ja, wo bist du oder? Bei mir gibt's... Bei mir gibt's ein Feuerwerk Jawohl Airstrike Sucker Airstrike Sucker Die sind immer noch da An der Tankstelle In der Tankstelle Rechts neben der Tankstelle Ich hab keine Nades mehr leider Der ist hinter dem blauen Container hier Mhm, sind rein, ne? Pass auf Ja, ja, wenn wir da nen Nate hätten Oder nen Granatwerfer Bau uns jetzt gerade hoch Schönen Nate Hat den getroffen? Ne, ne, ne Die gehen nach links weg Ja, ja, links Ja, ja, links Ja, 40 35 clean Schild, 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 schild Warum bin ich denn weg? Was ist mit dem Fuß? Die können... dann haben die nicht viel Leben, oder? Ich glaub auch nicht Wir haben die ja schon getroffen Einer down Oben drauf Im Temple Ich glaub ja Hinter mir 99er Hit Noch Hilfe Danke Wo sind die andere jetzt? Fehlt noch, ist der direkt bei mir close Ja, down, einer noch Ja, unter mir, unter mir Hat Schild bekommen? Haben wir Schönes Ding Ja, sehr gut Vielen Dank, Alex Ejo Ich hab immer noch keine Raketen mehr Ich guck sofort Lass mich hier und hier den Rest noch Hab auch keiner Raketen 8 hab ich gedroppt Danke Schild haben die auch immer noch Medikit vielleicht Ne, oder? Medikit Schilder hab ich noch für euch Kapuze Kommt's hin Ja Habt ihr zwei gedroppt 19 Sniper Schuss nur noch Äh, Sniper Schuss hab ich Hier bei mir 28 Ja, genau, du siehst mich Perfekt Ähm, ich hab davor welche gesehen da hinten Ja Oder Hinko Oder Hinko Oder Hinko Ja, genau Genau, richtig da hinten I Schön, Leute Was wird das? Gesundheit Was hast du da für'n Call? I Das ist gleich close Haben wir noch nen Lagerfall? Ich hab noch nen Lagerfall Kommt der Da mal I'm a little grill party Oh ja Wer fehlt? Kunran? Ganz gut Ich bin voll Oh Kunran, schau wie schön Kunran Kunran 42 Ja Wo? Wo? Das hat dem Gebilde auf dem großen Wir sind auch noch nicht in der Zone Und nach Da Denkt nach Äh, Nordosten Nordosten, Nordosten Allen's AWP Denkt dran Oh, da ist nen Airdrop Scheiße, den kriegen wir nicht, oder? Loil, du hast den gedau'n Wird knapp Ja, ja Ist halt viel Heilung Ja, ist egal, aber viel Heilung Was da verloren geht Ja, ja Okay Kann einer von euch noch mitkommen Wenn's die große Schilddränge sind? Ich kann sonst Ja Ich versuch's so nah wie möglich zum Zogen zu tragen Geht schon weiter, Alex! Gib ihn! Kannst du ihn n bisschen tragen? Ich mach Okay Äh Oh, das war ein Sprungsschutz Schuss Dahinter ist auch noch wer Dahinter ist auch noch wer hinter dem Wo will die ganz noch raufschließen Auf der Auf der Auf der Rampe Ey, ganz Viererteam 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 Wo jetzt genau? Da, wo der Fight ist Die kämpfen Die kämpfen gerade, ja Ja, ja, genau Gehen wir näher ran Moment, Viererteam, das kämpft? Ja, vierer gegen Heim Ich kann nicht Zweiundvierziger Vierziger Vierziger Einer ist wohl down da hinten Ah, du kannst, kannst du die Dinger noch wegschießen? Da ist nur einer gedaunt Äh, ich hab ja nicht die Diegel, ich hab den Revolver Wir können näher ran Einer vom Viererteam ist down Und die sind alle außerhalb der Zone 53 42 Und der Letzte, der da leeebt Oh, der arme Junge Los von dem Fettig, alle sind down Hahahaha Dein ganzes Team liegt da Da liegt der ganze Loot Guck dir das an Ja, Peter, ja Peter Wunderbar Eine schöne kleine Runde Fortnite Ich hoffe, dass euch gefallen hat Endlich mal wieder im Squad Gern einen Like gelassen Schaut bei Alex Böhm Wir haben uns wieder beim S-TMS Tschau Tschüss Tschüss Musik